Hier, Rätzchen. So, da oben. Das ist da oben. Da kann man mal spaßhalber mal kurz nochmal hochgehen. Ja, das ist immer so, mal so kurz enden und dann so, achja, nö. Wir könnten nochmal schnell das machen. Ja, vielleicht geht das nicht, dass ich das eine machen kann, weil ich die Story noch nicht gespielt habe auf Level 10. Die werde ich aber jetzt nicht spielen. So, da kann ich jetzt hier einfach so hochlaufen. Und jetzt sag so, hey, ich möchte gern hier so. Nein, geht nicht. Schade. Was ist das denn? Ein Blueberrybush. Oh. Ah, 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 ah. Geh mal weg da. Gut, danke. Was ist da? Das ist ein Kopfer. Kann man mal mitnehmen, hier so. Oh, mein Inventar ist voll. Ja, geh mir nicht auf den Keks. Geh mir nicht auf den Keks. Geh mir nicht auf den Keks. Ja, super. Da wollte ich auch rein. Flatt der Dritte schon wieder. Flatt der Dritte schon wieder. Was tust du? Lass mich hier nicht alleine mit den zwei Idioten. Ich wollte den doch gar nicht töten. Ich wollte auch hier rein. Da haben wir's. Super. Das bleibt der Dritte. Ja, der hat einen Mount. Penner. So. Yay. Wieder ein bisschen Experience. So. Bisschen was haben wir schon gemacht. Wie kostet's da hin zu porten? Äh, elf? Ich kann's mir leisten, da hin zu porten. Ich port mal hier hin und schauen wir mal, ob wir jetzt mit Level 10 da reingehen können. So. Mal schauen, ob's jetzt funktioniert. Darf ich da reingehen? Bitte. Ja, jetzt darf ich ins Label rein. Man muss also Level 10 sein. Hm. Hm. Also das hier ist nicht meine Profession. Das wäre vielleicht auch ganz gut. Und wenn ich mir dann solche Sachen holen könnte, wo ich die Sachen auch zerlegen kann. Wenn ich jetzt nochmal rausgehe, wo komme ich denn dann hin? Äh. Get me out of here. Queen's Day. Hä? Lol. Toll. Und dann bin ich aber jetzt nicht mehr zu Hause. Wollte ich nur mal so sagen. Äh. Wo ist denn eigentlich mein Zuhause? Da ist mein Zuhause. Da ist mein Zuhause. Und da bin ich jetzt rausgekommen. Okay. Na na denn. So, gehen wir mal kurz hier rein. Queen's Day ist die Human-Stadt. Wo die Menschen sind. So. Dann gehen wir mal hier entlang. Dann gehen wir mal schnell verkaufen. Das war auch so was, die ganzen Punkte und alles freizuschalten. Hier das war auch der Horror. Also ich find's zumindest sehr kacke. Also warte, da soll ich noch nicht hingehen. Hier biegen wir erstmal ab. So. Super. So. Geh mal kurz hier hin. Ich geh mal da hin zum Shopkeeper. So. Ich möchte gern einmal hier Zeug verkaufen. Was wir nicht brauchen. Dann möchte ich hier noch Tools und Kits holen. Eigentlich hole ich mir immer die Dinger. Ich glaub Basic reicht hier auch. Grunt. Small Shands are recovering upgrades from items. Basic Kid. Neast rare Shands. 15% rare Shands. Ich nehme eigentlich immer die Dinger hier. So. Deswegen bin ich jetzt so frei. Wahrscheinlich hab mal in diesem.. Achso. Na. In dem Level hat man's eigentlich noch nicht, das Gate. Aber na ja. Das ist auch nicht so gut, weg damit, weg damit. So, das Ding da ist 11, das kann auch weg, das hier brauche ich nicht und das brauche ich auch nicht. Das hier kann ich nicht nehmen und das hier ist besser, also nehmen wir den besseren Stab. Und wo ist jetzt der hingegangen? Hm, das kann man mal anziehen, so. Das ist soulbound, also kann man es auch nicht verkaufen, müssen wir es wegschmeißen. Ist auch soulbound, kann man auch nicht wegmachen, müssen wir auch wegschmeißen. Die Materials kommen weg. Das ist was Halloween Dingens, das ist ein Halloween Dingens. Das sind trophies soulbound. So, ähm, wenn ich jetzt hier gucken. Was ist jetzt der Zauberstab? Hier. Und jetzt ist nämlich das der bessere Zauberstab und der nicht. das heißt, ich habe den Zauberstab nicht rausgenommen. Equipment, ja den Zauberstab brauche ich nicht, weg damit. Mir reicht nur einer. Also können wir den jetzt auch zerlegen. Könnte wir zerlegen, wenn er nicht so bound wäre. So. Gut. Äh, ja, da haben wir schon alles. Mal schauen mal kurz rein. Oh, wieder hier. Das kostet nichts. Support mal kurz hier hin. Und gehen mal wieder raus. Und schauen wir mal, ob wir zufälligerweise... Eigentlich könnte ich mir noch eine zweite Tasche auch noch holen. Vier Plätze sind besser als gar nichts. Und da vorne gibt es halt auch solche Taschen dann zum holen. Wenn man die Level 10 Quests macht, kriegt man eine 10er Tasche übrigens. Also die Story. Glaube ich zumindest. Auf jeden Fall irgendwie kriegt man es ganz früh. So. Kaufen wir die. So. Jetzt haben wir 5 Plätze. So. Nee, da kann ich da noch das hier machen. Und das hier noch. Was, was trägt sie hier eigentlich? Hm. So. Man levelt eigentlich relativ schnell. So. Das auch. Mal schauen. Hier ist alles relativ frei. Achja. Ich hatte ja hier nochmal kurz das Zeug, was wir hier nicht brauchen, verkaufen können. So. Chunk. Okay. Trophy so weit geht nicht. Achja, warte. Hm. Ja. Seller Trading Post. Keine Ahnung, was man damit macht. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hier. Ach. Warte mal. Wenn ich jetzt hier auf H gehe. Äh. Das ist hier nicht. Vielleicht ganz mal hier auch. Yes I do. So. Mal gucken. Achso, ich kann hier schon Mastery. Okay, wir müssen extra live. Wo kriegt man das denn her? Keine Ahnung. Äh. Naja. So, gehen wir mal rein. In das Labyrinth. Da wäre ja... Ach. Ich bin am falschen Portpunkt. Da kann man eigentlich großartig... Achja. Hier kann ich auch einen Punkt haben. Ha. Experience. Den anderen Portpunkt habe ich hier. Gut. Mal rüber porten. Ansonsten komme ich hier nicht runter. Zumindest nicht dahin, wo ich hin runter möchte. So. Das ist jetzt gar kein Kürbis. Ja, ich könnte mich erstmal in diesem kleinen Ding jetzt hier versuchen. Das wäre ja mal was. Ich möchte auch gerne mit so einer Gruppe mitlaufen. Wenn ich da jetzt mitlaufen gescheiße mitlaufen würde. Und dann... kann ich hier absolut leveln. Was ich hier cool finden würde. Rumlaufen und Sachen aktivieren kann ich später auch noch. So. Das war das erstmal Candy Core. Ich frage mich, ob da dann auch mal was droppt vielleicht zu meinem Level. So ne Waffe so für Kano. Ne coole Waffe für Level 10. Man wird ja hier automatisch hochgestuft auf Level 80. Ja. Also nicht wundern. Ja, da kommt der Horror Typ wieder. Der kippt mich jetzt. So. 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 Wow. Okay. So. 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 oder? Hm, so andere Spieler, wie wärs denn? Keiner da. Flo, lol. Edi is offline, Flo is online. Hm. Kannst hier gucken. Post. Ja, das ist die eine Dings und da ist das andere. Happy Halloween. Oh. Nein, was tust du? Du könntest? Ach lol, da ist der Pumpkin. Möchtest du mich reviven? Nein? Möchtest du mich reviven? Du möchtest mich reviven? Ja, danke. Juhu. Ich würde auch gerne irgendwo mitlaufen mit der Gruppe. Gruppeninfight oder so. Ja, ist ja gut. Ach nö, da ist eine Spinne auch noch. Ach nö? Ach nö. Und dann komm und gib mir noch ne Box. Viel Experience bringt's nicht oder bringt das, wieviel bringt das dann? Es geht. Ach da kommt der Horrortyp schon wieder. Ich bin nicht da, geh weg. Ich bin zu klein. Ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da. Oh, der hat mich nicht gesehen. Ich hab hier auf diesem Mini-Chart 20.000 HP, auf meinem Chart mit Level 41 habe ich 14.000 HP. Ich muss mich verarschen. Hm. Hm. Oh, der ist sehr stark. Der Typ ist sehr, sehr stark. Hm. Was denn? Shit, entlockt. Ups, nein, 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 nein. Gut. Hm. Ich glaub irgendwie, dass ich da, ja. Nicht weit komme jetzt im Moment. Guck bestimmt gleich dieser Horrortypie wieder, aber naja. Ups, nein, 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 nein. Ich leck irgendwie grad gar nicht so. Normal leck ich immer wie sonst irgendwas. Ups, nein, nein, nein. Und ein Trick-or-Treat-Bag. Shut and locked. Was ist das denn für ein Achievement? Hier. Complete 5-door-Events. Oh. Hm, I see. So, mal hier wieder öffnen. Hm. Oh, Candy-Corn. Stress, dass ich hier schon 41 Candy-Corn hab. Naja, gut. Ich glaub, das wird eh nix. Es sind zu wenig Leute da. Glaub ich zumindest, dass da keiner da ist. Ja. Es schaut nicht so aus, als wäre da jemand da. Ach, muss ich das überall halt erstmal aufdecken? Könnte auch sein. Schaut nicht mehr so aus, als hätte ich da nix aufgedeckt. Es schaut trotzdem nicht so interessant aus. Naja, nächstes Jahr. Dieses Jahr. Ist das Event vorbei? So. Und ich mach jetzt auch mal wieder Schluss hier. So. Aber man kann rein mit Level C. So. Tschüss.